Du bist gar nicht so schlimm. Zypa, komm da. Sollen wir nicht noch das Loch machen, Zypa? Zypa, komm da. Nein, ist schon gut. Muss nicht sein. Ihr nehmt das fertig, schau mal. Du hast die Schwänzchen verloren, Zypa. So ist das. Den würdest du auch nicht mehr reinmachen. Ja. Ja, ja. Dann gibt er auch Zypa Freude, dann kann er auch lachen. Dann kann er auch lachen. Dann kann er auch Zypa Lachen. Das ist lustig, Zypa. Hallo. Ich habe ein Zeltchen. Wo hast du denn Eis? Hast du das schon gegessen? Nein. Du hast es nicht gerne gekostet. Ihr schiesst zu. Willst du mein Zeltchen? Ja. So, Knobli. Oh, ich kann ihn. Verrückte Schirr. Nein, warte, warte. Müssen wir ein bisschen rumlaufen? Wie sind Hochzeitsplätze? Ja. Jetzt sind die Türkei gehandelt. So soft. So soft. Und das wird ein bisschen hochziehen. Ja. Aber er sitzt wieder. Scheiße, du Schirze. Hast du schon mal gesehen? Hund mit Unterkosenein. Und das hat es eine Idee. Er ist ja gut. Es ist ja gut. Es ist ja gut. Ich hab es einen sehr aufgerissen.